Guten Tag zusammen, ich bin Miriam Ricli und präsentiere Ihnen das neueste von Avon aus dem Bereich der leichten Verdichtungsgeräten. Die komplett neue Produktlinie an vorwärtslaufenden Vibrationsplatten APF. Worin liegt der Schlüssel für eine gute Vibrationsplatte? Um es mit den Worten der Beach Boys zu sagen, es sind Good Vibrations. Und diese guten Vibrationswerte bieten Ihnen sämtliche Platten der neuen APF-Linie. Lasst es mich euch zeigen. Um den Untergrund zuverlässig zu verdichten, benötigen die Platten Vibrationen. Eine großzügig dimensionierte Erregereinheit sorgt für herausragende Vibrationswerte. Zudem sorgt der starke Erreger für die marktführende Arbeitsgeschwindigkeit, welche die Avon APF-Platten so produktiv machen. Die Maschinen arbeiten zuverlässig vorwärts, auch auf lehmigen Böden oder bei starken Steigungen. Zudem ist die Erregereinheit komplett wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer der Maschine. Komplett wartungsfrei, das bedeutet, Sie sparen Zeit und Geld für Wartungsarbeiten. Die Vibrationen sind zwar wichtig für die Verdichtungsleistung der Platten, jedoch können sie auch schädlich für den Maschinenführer sein. Um dem entgegenzuwirken, hat man bei der Entwicklung der neuen APF-Platten möglichst tiefe Handarm-Vibrationswerte angestrebt. Die patentierten Z-Puffer von Amman bieten hier die Lösung. Diese neuartigen Puffer sind der Grund für die marktführend tiefen HAV-Werte der Platten mit Werten von bis unter 2,5 m pro Sekunden Quadrat. Ja, die Platten haben natürlich noch mehr zu bieten. So lässt sich zum Beispiel der Wassertank komplett werkzeuglos montieren und abnehmen. Somit können die Platten schnell für die Anwendung auf Asphalt umgerüstet werden. Ebenso schnell und werkzeuglos geht die Montage der optionalen Vulcolanplatte für das Einrütteln von Pflastersteinen. Diese Optionen sparen dem Bediener Zeit und steigern durch ihre schnelle Montage die Produktivität im Einsatz. Habe ich Sie neugierig gemacht? Alle Informationen zu den Vibrationsplatten und natürlich auch zu allen anderen Produkten finden Sie auf ammangroup.com. Oder noch besser, Sie besuchen einen unserer Amman-Händler und überzeugen sich selber. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald bei Amman.